Hallo und herzlich willkommen zu den Shatter News. Alles was in der letzten Woche so rund um die Technik passiert ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Legen wir los. Wie ihr bestimmt schon in den letzten Tagen erfahren habt, ist die Panasonic Lumix S9 rausgekommen und es gab wunderbare Reviews, die alles, die toll fanden, dass es eine super Kamera ist. Ich sage euch, ich werde in diesem Video nicht so schön über diese Kamera reden. Aber ich würde sagen, fangen wir erstmal an, über die Kamera zu reden. Erstmal, man kann sagen, sie hat 24 Megapixel, den gleichen Sensor aus der Panasonic Lumix S5 Mark II. Ein schöner Sensor, 24 Megapixel, ist für so eine Kamera eigentlich immer gut. 33 Megapixel wäre zwar schön, aber muss man jetzt nicht haben. Und wie es gerade so im Trend liegt, ist auch diese Kamera jetzt so ein bisschen oldschool angelegt. Vintage hat so ein kleines Vintage-Feeling mit dabei. Die Kamera sieht ein bisschen oldschool aus. Wie jetzt auch zum Beispiel die ganzen Fujifilm-Kameras. Sie ist jetzt also eine Vintage-Kamera, die auch noch gleichzeitig schön leicht und kompakt ist. Um sie mal eben so mitzunehmen, ist ja auch ganz schön. Das Leichte kommt aber leider daher, da kein Metall verbaut wurde. Jedenfalls das Äußere davon ist eher Kunststoff und ist jetzt auch eigentlich nicht so hochwertig, wie jetzt andere Kameras, wie zum Beispiel Leica. Jetzt kann man auch noch sagen, wenn jetzt der gleiche Sensor aus der Panasonic S5 Mark II verbaut wurde, dann muss es doch dann auch irgendwie die gleichen Video-Features haben. Und ja, das stimmt so halbwegs. Die Kamera kann auch 6K Open-Gate-Video aufnehmen. Hier nur mit dem Haken. Nur 10 Minuten lang. Und 4K nur 15 Minuten lang. Ich glaube, ich spinne. Sag mal, habt ihr nicht mehr alle Tassen im Schrank? Diese halbe Stunde Limitierung, die gab es mal in den älteren Sony-Kameras. Oder insgesamt 10 Jahre früher gab es die mal. Aber heutzutage in einer über 1000-Euro-Kamera. Also bitte, 15 Minuten bei 4K. Also ich glaube, ich spinne. Also das geht echt nicht. Und jetzt wollen das die ganzen YouTuber auch noch irgendwie schön reden. Ja, man kann 6K jetzt zwar nur in 10 Minuten aufnehmen, aber danach, wenn man dann nochmal noch weiter aufnehmen will, kann man einfach nochmal auf den Knopf drücken. Das mit der Überhitzung wäre gar kein Problem. Das wäre einfach nur, dass man halt dieses Limit hat. Aber wenn ich ein YouTube-Video drehe, dann ist das mindestens 20, 30, wenn auch nicht mal sogar 40 Minuten bei dem beste Kamera-Video, was ich da aufgenommen habe. Da habe ich über 45 Minuten aufgenommen. Dann müsste ich jedes Mal wieder draufdrücken. Und auch nicht nur das ist das Problem. Wenn man jetzt zum Beispiel ein On-Kamera-Mikrofon verwendet, dann hat also direkt das Mikrofon damit verbunden oder ein Wireless-Mikrofon, wo das dann direkt mit in die Kamera geht. Ist auch noch okay. Wenn man aber so wie ich hier mit einem dynamischen Mikrofon arbeitet, dann muss man das synchronisieren. Und wenn man dann jedes Mal dann wieder neu auf die Aufnahme klickt, dann muss man diese 10 Minuten Videoabschnitten immer wieder neu synchronisieren, was echt eklig ist. Also gut, wir fassen zusammen. Video technisch, ha, so mager für YouTube oder insgesamt Videos gedacht. Eher für die heutige Generation TikTok oder sonst was. Kurz Videos gedacht, da man halt nicht so lange aufnehmen kann. Wenn man sich dann jetzt die Fotoseite davon anguckt, dann bemerkt man, oh ja, ah, jetzt gibt es ein neues Preset-Knopf. Da kann man sich dann jetzt ganz verschiedene Presets auf die Kamera draufladen. Wie jetzt zum Beispiel bei Fujifilm, die ganzen Filmsimulationen, Eterna, Vivid und sonst was, was, was ich alles. Und ist ja erstmal schön. Ja, wunderbar. Aber ich will ja auch nicht nur in diesem JPEG-Modi fotografieren. Ich will damit ja auch RAW fotografieren. Wenn ich mal jetzt wirklich hochqualitative Bilder machen will, dann will ich das ja auch noch nachbearbeiten können. So, und das, was jetzt kommt, werdet ihr bestimmt noch nicht gehört haben, denn das hat nur ein YouTuber wirklich mal erwähnt. Nämlich, dass die Kamera, da sie ja jetzt so klein und leicht ist, keinen mechanischen Verschluss mehr hat. Ja, ist ja auch gut. Könnt man ja nur sagen, ja, klappt in der Nikon Z8, Z9 auch, weil das ja ein sehr schneller Sensor ist. Der Sensor von der Lumix S5 Mark II war jetzt nicht so unbedingt schnell. Und da hat sich Lumix jetzt gedacht, ach, ja, wir müssen, da der jetzt nur diesen elektronischen Verschluss hat, müssen wir den ja auch noch irgendwie schnell machen, so, dass der keinen Rolling Shutter mehr hat. Gut, die Lösung ist hier, sie haben die RAW-Bilder oder insgesamt jetzt so den Dynamikumfang von 14-Bit auf 12-Bit reduziert. Also, da werd ich wirklich sauer. Also, ganz ehrlich, wer verarscht einem so? Also, ich versteh das nicht. Man behebt hier also das selbst erschaffene Problem, dass man jetzt nicht mehr diesen mechanischen Verschluss hat, damit, dass man einfach die Farbtiefe einfach verringert und damit halt auch dann die Qualität darunter leiden lässt. Finde ich nicht so toll. Aber gut, lassen wir das erstmal außen vor. Was kann man denn noch so Positives über die Kamera sagen? Sie hatten auch einen recht guten Akku. Damit kann man gut durch den Tag kommen und man braucht jetzt nicht immer noch einen zweiten Akku mitschleppen. Das reicht völlig aus. Und wie bei Panasonic üblich, haben sie jetzt hier auch wieder einen tollen Stabilisator eingebaut, der jetzt hier wirklich top stabilisiert. Das ist einfach nochmal besser, auch als die Sony-Kameras. Das machen die einfach wunderbar. Jetzt geht's dann aber wieder mit dem Negativen los. Der Blitzschuh, wo man ja sonst bei Sony und allen anderen Kameras Kontakte sieht, haben eben keine Kontakte. Das ist einfach nur ein Blitzschuh, wo man nix dran anschließen kann. Und jetzt auch wieder hier so ein Kriterium, wo ich denke, wieso, wieso muss das wirklich sein, bei so einer Kamera, die ja auch zum Fotografieren ist. Diese Kamera hat nämlich auch wieder keinen Sucher. Da denke ich mir nur so, alle anderen Features sind jetzt so schlecht, aber dann bauen sie nicht mal einen Sucher ein. Diese Vintage-Kamera mit den ganzen LUTs ist ja ganz schön und gut, aber die Vintage-Kameras von früher, stellt euch vor, hatten noch kein Display, sie hatten ausschließlich einen Sucher. Und nur dieses Display zur Verfügung zu haben, kann Probleme mit sich bringen, dass es zum Beispiel draußen zu hell ist und man das Display nicht mehr so gut erkennen kann. Da wäre ein Sucher wirklich perfekt gewesen. Und da sagen dann jetzt YouTuber drüber, ja, ist zwar schade, da muss man sich alles dran gewöhnen. Ich finde das gar nicht schön, ich will mich da gar nicht dran gewöhnen, dann kaufe ich mir diese Kamera gar nicht. Also jetzt nochmal zusammenfassend, das Fazit des Ganzen. Für wen ist diese Kamera eigentlich gedacht? Ich glaube, diese Kamera ist dafür gedacht, ein LUTs für die Fujifilm X106 zu sein. Man kann auf diese Kamera jetzt auch verschiedenste Presets laden, entweder von Panasonic selbst oder auch selbst erstellte Presets, die man sich dann auch perfekt auf der App erstellen kann. Die App soll auch gut sein, man kann davon direkt die Videos hochladen, aufs Handy oder auch die Fotos direkt draufladen. Einfach super für jetzt die Leute, die das dann direkt auf Instagram posten wollen. Einfach jetzt für den direkten Shooter für die heutige Generation. Und diese 10 und 15 Minuten Aufnahmelimits, die die Kamera hat, ist dann auch für diese heutige Generation egal. Denn so lange Videos nehmen die jetzt auch nicht auf und es sollte ja eigentlich auch noch okay sein. Aber wenn man dann jetzt weiß, dass diese Kamera halt nur mal für diese heutige Generation ist, dann muss man halt auch wieder den Preis mit einbeziehen. Denn 2000 Euro kostet die Kamera alleine. Da kommt dann noch ein Objektiv dazu und dann wird das Ganze auch schon mal ganz schön schnell teuer. Und das für eine Kamera, die so für den normalen Nutzer ist. Ha! Für mich ist es keine Kamera. Dafür ist sie mir zu schlecht. Nur mit Kompromissen drin. Die Kamera möchte ich nicht haben und für den allgemeinen Nutzer einfach viel zu teuer. Also das ist für mich eine Problemkamera und weiß ich nicht. Und ich möchte auch jetzt noch mal hinzufügen, wieso ihr bis jetzt noch keine schlechten Neuigkeiten von der S9 gehört habt. Denn darüber hat jetzt nämlich auch der Gerald Undone ein Video gemacht. Panasonic macht das ganz geschickt. Sie laden nur die Leute ein auf deren Events, damit die diese Kamera testen können, die auch schon in der Vergangenheit gute Videos über deren Kameras gemacht haben. Die je keinen einzigen Kritikpunkt geäußert haben, damit nämlich auch erstmal nur dieser Hype entsteht. Die Kamera, super, ich muss die jetzt kaufen. Bei Gerald Undone war es jetzt nämlich der Fall. Der hat mal die Lumix S5, die ersten Generation, reviewt und hat dann gesagt, ja, schöne Kamera, nur der Autofokus ist halt noch mal so wirklich schlecht, weil es halt noch mal so eine Stufe unter den Sony Kameras macht. Seitdem hat er keine Kameras mehr von Panasonic zugeschickt bekommen. Denn ja, ich will ja, dass man sozusagen Werbung für die Kamera macht, kostenlose Werbung. Das wollen die Kamerahersteller ja, dass man so viele gute Meinungen über die Kameras hört, damit dann auch wirklich dann viele Leute diese Kamera kaufen. Also ist es klar, dass es jetzt keine schlechten Reviews zu der Kamera gibt. Denn man muss immer mit dem Risiko leben, dass einem danach keine Kameras mehr zugeschickt werden. Wenn ich jetzt das Falsche sage, dann werde ich halt nicht mehr diese Kameras bekommen. Übrigens, jetzt momentan bin ich bei 19 Minuten 38 Sekunden, die ich gerade aufnehme. Ich hätte halt jetzt schon einmal das Video neu starten müssen, wenn ich jetzt bisher drehen würde. Und gleich in 10 Sekunden würde ich nochmal auf den Knopf drücken müssen. Was aber schön ist, worüber dieser YouTuber ein Video gemacht hat, ist die Konkurrenz der Apple Vision Pro, die ja immerhin 3.500 Euro kosten soll. Und dafür gibt es jetzt eine Konkurrenz. Eine viel leichtere Brille, die ungefähr wie eine ganz normale Sonnenbrille aussieht, mit auch einer Batterie unten, nur dass diese Batterie halt viel kleiner ist und mit dabei auch noch eine Fernbedienung ist, wie ungefähr so die Apple TV Fernbedienung. Der Unterschied hier zu der Apple Vision Pro ist, dass dieses Durchgucken ein Optical See-Through ist. Das heißt, man guckt nicht durch Displays, die dann mit Kameras abgefilmt werden, wie halt bei der Apple Vision Pro. Man guckt hier einfach wirklich durch normale Gläser, wie halt bei diesen auch momentan schon verfügbaren, durchsichtigen Fernsehern. Das Image sieht auch noch ganz gut aus, denn das sind OLED-Displays und die geben schon einen sehr guten Kontrast. Diese Brille nennt sich Rocket AR Lite und sie hat auch wie die Apple Vision Pro ein eigenes Betriebssystem drauf. So eine abgewandte Version von Android. Man kann also auch ungefähr wie bei der Apple Vision Pro halt Safari oder nicht Safari, irgendeinen Browser öffnen, die dann nebeneinander stellen, hat man dann da so die Möglichkeit dann halt hier YouTube zu gucken, da was anderes zu machen und da noch was anderes zu machen. Hier würde ich sagen, die Apple Vision Pro ist schon nochmal etwas vorne. Die Performance ist bei Apple Vision Pro viel mehr besser. In dem Video konnte man schon sehen, dass es da etwas geruckelt hat. Aber auch nicht nur das kann diese Rocket AR Lite. Sie kann nämlich auch an diverse Geräte angeschlossen werden und dann halt Display genutzt werden. Man kann das iPhone, das iPad, den Mac und noch irgendwie Spielekonsolen anschließen und hat dann hier ein riesiges Display und man dann draufspielen oder Filme gucken kann oder halt jetzt auch bei den Macs, bei der Apple Vision Pro Videos schneiden, was für mich wirklich auch super wäre. Und da diese Brille dann jetzt auch nur etwas über 700 Dollar kosten soll, also in Euro umgerechnet, 650 Euro, finde ich, ist das eigentlich fast schon zu schön, um wahr zu sein. Für 650 Euro kriegt man heutzutage einen 32 Zoll 4K Monitor von LG. Dafür dann schon so eine Brille zu bekommen, finde ich wirklich Hammer. Diese Brille ist aber jetzt auch noch nicht zu kaufen. Es ist ein Kickstarter Projekt und dann werde ich mir so eine dann vielleicht auch kaufen. Denn wie ihr seht, mein Monitor hat nämlich in letzter Zeit den Geist aufgegeben und ich brauche einen neuen. Ich werde jetzt zwischenzeitlich dann einen älteren Monitor von meinem Vater nehmen, aber irgendwann muss ja auch etwas Neues her. So, das war's jetzt aber mit dem Shutter News. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.